Wie erkenne ich die richtige Lochgröße eines Saugers für die jeweilige Nahrung? Also die verschiedenen Sauglochgrößen, die angeboten werden, sind ja für verschiedene Nahrungsarten gedacht. Und die sind auch gekennzeichnet. Auf den Packungen findet man eben SM und L, wobei die kleinste Saugerlochgröße ist eben für sehr dünnflüssige Nahrung gedacht. Und ob man die richtige Saugerlochgröße verwendet hat für die Flasche, erkennt man daran, wie die Nahrung aus der Flasche läuft. Also man kann das hier mal so sehen, hier ist zum Beispiel Tee drin und ein S-Sauger und das soll hier raustropfen. Also Sie sehen das so, soll das raustropfen, gilt auch zum Beispiel für die Säuglingsmilch. Würde die Flüssigkeit da schneller rauskommen, also richtig leicht rauslaufen, ist das ungünstig fürs Baby, weil es soll sich ja anstrengen. Also es muss richtig saugen, damit sich die Kiefermuskulatur entwickelt. Und deshalb ist die Saugerlochgröße natürlich wichtig. Also das Tropfen, das ist das Entscheidende.